Kann Sebastian Vettel mit Aston Martin Rennen gewinnen, so wie er das früher mit Red Bull getan hat? Eine kühne Prognose, aber unser Experte Marc Surer, der glaubt daran. In diesem Video erklärt er warum und wie das eine schlechte Nachricht für Nico Hülkenberg ist. Marc, wir müssen reden über Sebastian Vettel und zwar aus zwei Gründen. Einer natürlich, wir wissen endlich, er fährt weiter und wir wissen auch, wo er weiterfährt. Und der zweite, er kommt aus diesem Loch nicht raus. Jetzt hat er in Mugello was Interessantes gesagt, das er, soweit ich mich erinnern kann, zum ersten Mal ausgesprochen hat. Nämlich, ich komme mit diesem Auto einfach nicht zurecht. Was genau ist es deiner Beobachtung raus, womit er solche Schwierigkeiten hat? Das Auto fährt sich so, wie das ein Michael Schumacher gerne gefahren ist. Es ist pointy, das heißt, das Auto klebt mit der Vorderachse und hat dann ein loses Heck. Und das ist genau das, was Vettel nicht gerne hat. Weil Vettel ist ja am besten damals gefahren mit dem Red Bull, als die angeblasene Diffusor hatten. Ich kann sich erinnern, da gab es ja dann so noch Diskussionen, dass sie den Motor extra so eingestellt haben, dass er praktisch auch immer Gas wegnimmt, weiterbläst, damit der Diffusor funktioniert. Und das Auto hat natürlich einen Anpressdruck gehabt auf der Hinterachse, der perfekt war. Und damit ist der Vettel ja eine Klasse für sich gewesen. Und jetzt hat er halt ein Auto, das lose ist und wenn er vorne den Flügel flacher stellt, dann rutscht er vorne auch. Das heißt, dann rutscht das ganze Auto. Also er kommt aus diesem Schlamassel nicht raus, dass das Auto eben nicht so liegt, wie er es gerne hätte. Und er seinen Fahrstil nicht fahren kann. Und deswegen verliert er auch so viel auf Leclerc. Glaubst du, dass sein Schlamassel zum Teil das ist, dass man bei Ferrari letztes Jahr die Entscheidung getroffen hat? Da war die Vertragskonstellation ja einfach so. Wir setzen jetzt auf Leclerc und entwickeln deswegen mehr in die Richtung Leclerc als Vettel, was ja nachvollziehbar ist grundsätzlich. Oder anders gefragt, sind die Fahrstile von den beiden so unterschiedlich, dass Sebastian mit diesem Auto einfach nicht zurechtkommen kann? Wir haben das letztes Jahr schon gesehen. Letztes Jahr war es auch so, Leclerc kam toll zurecht mit dem Auto und der Vettel nicht. Und das war auch schon das, was er gesagt hat, ich habe eine unstabile Hinterachse. Und Leclerc hat damit Rennen gewonnen. Und es ging ja dann für Vettel nur in Singapur, wo man mit relativ viel Flügel fährt. Da kam er klar damit, aber sonst war eigentlich immer Leclerc, der profitiert hat mit seinem Fahrstil, mit diesem Fahrzeug. Und dass Ferrari, wo sich jetzt entschieden hat, mit Leclerc weiterzumachen, dass sie in die Richtung weiterentwickelt haben, ist eigentlich logisch. Würdest du meiner Beobachtung zustimmen, dass Leclerc und Verstappen sich von der grundsätzlichen Fahranlage gar nicht so unähnlich sind? Und dass Elben bei Red Bull vielleicht ein ähnliches Problem hat, wie Sebastian noch hat bei Ferrari. Ja, der Beweis war ja der Gässle, der nicht klar kam mit dem Auto. Und das ist auch so ein typischer Fall für Verstappen. Und ich kann vielleicht nochmal zurückblenden, als damals Gerhard Berger das Auto übernommen hat von Michael Schumacher bei Benetton. Der sagt, das Auto ist umfahrbar. Die konnten mit dem Auto nicht fahren, so wie das Michael Schumacher gefahren hat. Und ich glaube, wir haben hier ein Leclerc und ein Verstappen, die ähnlich fahren wie ein Michael Schumacher. Ich konnte das übrigens auch nicht. Ich war auch immer einer, der ein stabiles Heck brauchte. Also ich kann denen nachfühlen, wie schwierig das ist. Aber wahrscheinlich, wenn du eben damit klarkommst, dann ist es möglicherweise die schnellere Variante, das Auto so einzustellen. Heißt, und du kannst es ja, wenn du selbst sagst, du ordnest dich da auch so ein bisschen in ähnliche Kategorien wie der Vettel. Heißt, ein stabiles Heck brauchen, zwangsläufig, dass du mit Untersteuern besser klarkommst? Ja, aber wenn du einen Fahrstil hast, wie jetzt Vettel, den ich auch hatte und übrigens auch der Jacques Lafitte, wir zwei haben sehr ähnlich gefahren, dann fährst du auf der Bremse praktisch bis zum Scheitelpunkt. Du gibst dann Druck auf die Vorderachse und hast dadurch kein Untersteuern, weil du praktisch Gewicht verlagerst auf die Vorderachse. Und dann kannst du direkt von der Bremse wieder aufs Gas, du hast also praktisch keine Rollphase. Das ist der spezielle Fahrstil, den Vettel fährt. Und ja, den hat man oder hat man nicht. Das heißt, wenn es einen Blondiffuser damals schon gegeben hätte, dann wäre deine Karriere mutmaßlich auch ein bisschen erfolgreicher gewesen. Glaubst du das? Ja, ich weiß nicht. Ja, klar, sicher. Es gab übrigens die angeblasenen Diffusor in meiner Zeit, also Williams hat die extrem gemacht, ich kann mich noch erinnern. Da ging es darum um die Lesmo, die Lesmo waren damals schneller und dann hat der Jones einfach mit Vollgas durchgefahren. Er hat gesagt, wenn ich vom Gas gehe, fliege ich ab, weil ich habe so viel Amperesdruck, aber ich muss auf dem Gas bleiben, selbst wenn mir die Straße ausgeht, weil sonst fliege ich sicher ab. Also es war schon eine sehr seltsame Fahrerei. Bevor Marc erklärt, warum er glaubt, dass Sebastian Vettel 2021 wieder Rennen gewinnen kann, haben wir noch kurz einen Hinweis. Wenn dir nämlich dieses Video gefallen hat, dann abonniere unseren Channel und aktiviere die Glocke, denn nur so verpasst du kein Video mehr. Jetzt aber viel Spaß mit dem Rest des Interviews. Gehen wir noch jetzt über Sebastian Vettels Zukunft. Er hat jetzt endlich unterschrieben, es ist alles fix, wie das zustande gekommen ist, das blenden wir jetzt erstmal aus. Hat er die richtige Entscheidung getroffen, nächstes Jahr für Ersten Martin zu fahren? Ich glaube für ihn ja, wenn er weiterfahren will, war das die beste Variante. Ich denke auch, dass die Zusammenarbeit mit Mercedes, wenn die weitergeht, klar, die FIA wird jetzt ein bisschen besser aufpassen, dass es nicht so extrem wird wie dieses Jahr. Aber trotzdem, wenn das so weitergeht mit der Zusammenarbeit, dann kann er auch profitieren. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Also Martin ist immerhin eine Marke und es ist schön, Martin darin zu haben in der Formel 1. Und dazu kommt, die Verbindung zu Mercedes besteht ganz einfach. Also gehe ich davon aus, dass die Hilfestellung da ist. Und dann spricht eigentlich nichts dafür, dass es nicht erfolgreich sein kann. Einen schönen Dienstwagen hat er auch schon mal bekommen. Ich möchte noch versuchen, den Vettelfans so ein bisschen Hoffnung zu machen. Wir haben über seinen Fahrstil gesprochen, der ja doch heutzutage in der Formel 1, muss man fast sagen, ziemlich speziell ist. Den haben nicht mehr so viele, glaube ich, in der Form. Kann es sein, dass er mit diesem Auto viel, viel besser zurechtkommen wird, als mit dem aktuellen Ferrari? Weil die Basis davon, das wissen wir, das kann man nicht wegretuschieren, ist der Mercedes. Und der wirkt jetzt nicht so auf mich, als hätte der ein wahnsinnig unruhiges Heck. Also erstens, das kann ich dir recht geben. Ich glaube, das Auto liegt wirklich viel ruhiger. Das ist auch der Grund, warum der Stroll damit so klarkommt. Das ist einfach zu fahren, das Auto. Aber jetzt kommt jetzt noch was anderes dazu. Jetzt kommt der vierfache Weltmeister zu Aston Martin oder Racing Point, wie das nennt. Und die werden jedes Wort auf die Waage legen, das er sagt. Die werden also genau das machen, den Einfluss, den er nicht mehr hatte bei Ferrari, wird er da wieder haben. Er kann also das Auto so hintrimmen, wie er es haben möchte. Die werden auf ihn hören. Und das wäre ja blöd, wenn Sie einen Fahrer einkaufen mit seinem Format und dann nicht auf ihn hören würden. Also kann er sich das Auto wieder so hinstellen, wie er es gerne hätte. Und dann werden wir einen anderen Vettel erleben, als wir jetzt die letzten zwei Jahre erlebt haben. Siehst du auch irgendwo eine Gefahr für ihn bei diesem Wechsel? Also es gibt ja die einen, die sagen, was will er noch beweisen, bevor er da jetzt ins Mittelfeld geht. Was wir erstmal abwarten müssen, ob das überhaupt ein Schritt ins Mittelfeld ist. Aber er hätte lieber aufhören sollen und sich zurückziehen und um Kinder kümmern oder was weiß ich. Und es gibt auch so die Stimmen, die sagen, vielleicht darf er dann gegen den Stroll, wenn es darauf ankommt, aber auch gar nicht gewinnen. Glaube ich im Übrigen nicht. Aber da würde mich deine Meinung dazu auch interessieren. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Also dass er nicht gewinnen kann gegen den Stroll. Also grundsätzlich geht es ja, wenn du so ein Team kaufst und eben an das, wo Martin jetzt darin steckt, dann kannst du nicht irgendwie solche Spielchen machen, dass der Sohnemann gewinnen muss. Nein, also das ist Blödsinn. Aber ich denke, für Vettel ist es jetzt was ganz Neues. Er hat das erstmal erlebt, damals, wo er bei Toro Rosso fuhr, dass er nicht in einem Top-Team ist. Und trotzdem eben ein Rennen gewinnen konnte. Und ich glaube, irgendwie traue ich ihm das auch zu mit diesem Team. Weil wenn du ihm die Chance gibst, Vettel weiß, wie man Rennen gewinnt. Und deswegen glaube ich, er ist jetzt wieder der Underdog in diesem Team. Er hat nicht mehr den Druck, jetzt nach so vielen Jahren in Top-Teams von Red Bull und Ferrari, hat er jetzt plötzlich, sagen wir mal, nicht mehr diesen Druck auf sich. Er kann wieder locker Rennen fahren. Und ich muss eins sagen, als deutscher Fan oder deutschsprachiger Fan, wir sind so froh, dass Vettel weiterfährt. Wobei, da fällt mir jetzt gerade noch was an. Ich wollte schon fast Schluss machen, aber da fällt mir jetzt noch was an. Die Chancen von Nico Hülkenberg, die sind meiner Meinung nach ein bisschen geringer geworden. Weil jetzt der Perez auf dem Markt ist, der möglicherweise dem Hülki das Cockpit wegnimmt. Wie schätzt du die Lage in der Silly Season an? Wir reden ja eigentlich nur noch von Haas und Alfa Romeo mit freien Cockpits. Genau, und die Chance ist um 50% geschrumpft. Definitiv, weil jetzt Perez auf dem Markt ist, der wird unterkommen. Leider nicht im Top-Team, aber immerhin, er wird weiterfahren können. Und deswegen, ja, für Hülkenberg wird es dann ein bisschen enger. Nur wenn Kimi aufhört, eigentlich gibt es eine Chance für ihn. Und deswegen, ja, für Hülkenberg wird es dann eine Chance für ihn.